In Immaculate spielt Sidney Sweeney eine junge Novizin namens Cecilia, die ihre Heimat in den USA verlässt, um einem abgelegenen Kloster in Italien beizutreten. Doch ihr Aufenthalt wandelt sich schnell nach dem herzlichen Empfang in einen Albtraum um, als ihr klar wird, dass der Ort ein düsteres Geheimnis birgt und das unaussprechliche Schrecken auf sie wartet. Zum 25. Juli 2024 veröffentlicht Capelite Pictures Immaculate in einem 4K Ultra HD plus Blu-ray Mediabook und was dieses Mediabook so alles zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt einmal genauer an. Das Mediabook kommt mit einer C-Card daher und da haben wir neben der FSK 18 Freigabe noch den Hinweis, dass der Film oder die 4K-Scheibe besser gesagt inklusive HDR10 und auch Dolby Vision daherkommt. Auf der Rückseite haben wir nochmal eine Inhaltsangabe, ein paar Szenenfotos, die Extras aufgelistet sowie auch die technische Ausstattung der einzelnen Disks. Dann können wir dieses technische Datenblatt einmal abnehmen, gucken uns noch die Innenseite an. Hier haben wir zum einen links das Portfolio von Capelite Pictures im Mediabook und rechts daneben noch den Hinweis, das zum 22.08. Nightwatch Demons are Forever ebenfalls in einem 4K Ultra HD plus Blu-ray Mediabook veröffentlicht wird. Dann gucken wir uns mal das Mediabook zu Immaculate genauer an. Hier sehen wir, dass der Titelschriftzug in der Mitte unterhalb von Sidney Sweeney mit so einer roten Glanzfolie überzogen wurde. Damit hebt sich das Ganze schön glänzend ab, kommt richtig zum Strahlen. Wenn man das Ganze hin und her schwenkt im Licht, das passt wunderbar. Die Schärfe passt hier ebenfalls beim ansonsten matten Mediabook. Guckt man mal aufs Auge von Sidney Sweeney, dann sehen wir, dass das richtig knackig scharf ist, so wie das sein muss. Am Spine haben wir dann nochmal schön groß laserlich, wie wir das von Capelite Pictures gewohnt sind, den Titelschriftzug draufstehen. Und hier am Spine wurde der diesmal auch mit dieser roten Glanzfolie übersehen. Und auch da kommt das Ganze schön glänzend zum Vorschein, wenn man es hin und her schwenkt. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal ein richtig tolles Motiv, tolles Artwork, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier keine Schriftzüge oder Logos mit drauf. Also das passt wunderbar. Und von der Motivwahl her kann man sagen, auf der Vorderseite und auf der Rückseite alles wunderbar. Und dieser glänzende Schriftzug, auch der sieht richtig klasse aus. Dann schlagen wir mal das Mediabook auf. Haben auf der Vorderseite hier vom Booklet übergehend in den Innenprint unterhalb des Disc-Trays ein schönes doppelseitiges Motiv von Sidney Sweeney, wie sie da im Beichtstuhl sitzt. Und die Disc, die 4K-Scheibe nimmt eben dieses Gittermuster hier nochmal mit auf. Wir können uns dann auch die Qualität des Booklets hier, wie das verarbeitet wurde, integriert wurde, angucken. Alles schön sauber, wie wir das eben von Cape Light Pictures gewohnt sind. Da gibt es keine Fadenbindung, es ist reingetackert, aber dennoch ist hier alles frei von Rissen oder sonst was, so wie das sein muss. Die 4K-Scheibe nimmt eben, wie gesagt, hier dieses Muster nochmal auf. Das passt wunderbar. Und dann können wir auch schon zum Booklet kommen. Zu Beginn des Booklet-Textes beschäftigt man sich mit der Karriere von Sidney Sweeney, wie sie sich nach dem ein oder anderen Gastauftritt Film und Serie über die Serie Euphoria zu einer ernstzunehmenden Schauspielerin entwickelt hat. Dann geht es um ihre Produktionsfirma 50-50. Danach geht es eben um den Filminhalt, die ganzen Themen und auch eine Szene, die hier zum Schluss den ein oder anderen Zuschauer definitiv mit offenem Mund zurückbleiben lässt. Dadurch wurde sie nicht nur zur Scream Queen, ja hier speziell in diesem Film, sondern das Ganze hat auch ein recht krasses Ende und zum Ende dieses Mediabooks gibt es dann neben immer zwischenzeitlichen doppelseitigen Fotos und einseitigen Fotos noch ein paar Worte vom Regisseur. Also somit sind wir auch schon wieder durch mit dem Booklet, haben hinten drin dann noch die Blu-Ray und die nimmt auch dieses doppelseitige Motiv auf den Untergrund, aber der ist eigentlich fast komplett nur schwarz gehalten. An dieser Stelle können wir uns noch das Discmenü der Blu-Ray angucken, hierbei müsst ihr nach oben gucken, dann seht ihr die einzelnen Sprachen aufgelistet wie Deutsch und Englisch in DTS-HD Master 5.1 und auch die Untertitel. Danach haben wir hier die Extras aufgelistet, die sind jetzt nicht so üppig wie bei anderen Filmen. Da haben wir zum einen ein Interview, eine Interview Featured, wo eben die einzelnen Schauspieler und auch Mitarbeiter, Cast und Crew eben hier nochmal zu Wort kommen. Das Ganze ist auf Englisch gehalten, aber Deutsch untertitelt. Und dann gibt es noch so eine Making-of Featured, wo wir ein paar Behind-the-Scenes-Momente sehen mit dem Regisseur und den Schauspielern. Das ist jetzt nicht Deutsch untertitelt, aber das, was da gezeigt wird, das versteht man auch so. Damit kommen wir zur Bildqualität der 4K-Scheibe. Wie man sehen kann, haben wir hier eine leichte, feine Körnung, passt aber wunderbar zu diesem Horror-Thriller und zu diesem Thema. Dann haben wir ein sehr stimmungsvolles Bild. Oftmals wird das Bild eben nur durch Kerzenlicht erhellt. Dadurch haben wir ein schönes, warmes, orangenes, ja gelbes Licht hier. Das wechselt immer so hin und her und ihr seht es auch schon im Hintergrund. Das Ganze sieht richtig klasse aus, dank eben auch Dolby Vision. Also da kommt diese tolle Atmosphäre richtig gut zur Geltung. Die Schärfe passt on point. Hat man vorhin eben auch noch bei Sydney Sweeney ihrem Gesicht gesehen. Und auch hier bei diesem Priester, auch der Schwarzwert, der ist richtig schön knackig schwarz, so wie das sein muss. Dann haben wir hier eben noch den Innenprint unterhalb der Blu-Ray-Disc. Wie ich vorhin schon gesagt habe, da spielt sich nicht viel ab. Aber ansonsten denke ich, kann man hier mit diesem Mediabook zu Immaculate von Cape Light Pictures absolut zufrieden sein. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde und Servus.